Hallo und herzlich willkommen an der EuroFH. Wirtschaftsjuristinnen und Juristen der EuroFH verfügen nicht nur über ein grundlegendes Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge, sondern eröffnen sich insbesondere durch die Spezialisierungsmöglichkeiten zahlreiche berufliche Möglichkeiten. Je nachdem von Ihnen gewählten Profil sind das zum Beispiel anspruchsvolle Aufgaben im Projektmanagement oder Compliance-Management. Ebenso stehen Ihnen Führungspositionen in Beratungsunternehmen, Personalabteilungen, Rechtsabteilungen von Unternehmen oder Versicherungen offen. Ganz gleich wie Ihre Karriereplanung ausschaut. In unserem Masterstudiengang Wirtschaftsrecht eignen Sie sich aktuelles wirtschaftsrechtliches Fachwissen an. Damit sind Sie in der Lage unternehmerische Entscheidungen auf betriebswirtschaftlicher und juristischer Ebene zu bewerten. Gleichzeitig sind Sie Expertin oder Experte für die Entwicklung rechtskonformer Lösungen für komplexe Problemstellungen. Mit einem hohen Anteil von 80% juristischer Inhalte erlangen Sie grundlegendes Fachwissen in den Bereichen Recht und Steuern. Dabei beschäftigen Sie sich unter anderem mit Gesellschafts- und Unternehmensrecht und lernen Arbeitsverträge und Risikoanalysen rechtlich valide zu prüfen. Weiterhin setzen Sie sich mit dem Thema Compliance sowie mit Haftungsgefahren für Manager und Aufsichtsorgane auseinander. Zudem bauen Sie Ihre Verhandlungs- und Moderationsfähigkeiten sowie Ihre Management- und Führungskompetenzen ganz gezielt aus. Eine Besonderheit ist die Möglichkeit zur Spezialisierung. Sie erlangen vertieftes Fachwissen in einem Profilschwerpunkt Ihrer Wahl. Sie können aus sechs attraktiven Profilbereichen wählen. HR-Management and Labor Law, Merges and Acquisitions, Medien- und Internetrecht, Regulation, Insolvenzmanagement und Tax. Qualifizieren Sie sich jetzt mit unserem Masterstudiengang Wirtschaftsrecht für spannende Tätigkeitsbereiche, zum Beispiel in der Wirtschaftsprüfung, in der Unternehmensberatung oder in Rechtsabteilungen von Unternehmen oder Medienunternehmen. Der Studiengang ist vor allem für Nichtjuristinnen und Juristen ideal, denn ein juristisches Vorstudium ist nicht notwendig. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern. Ihr Studium Wirtschaftsrecht können Sie jederzeit starten und vier Wochen kostenlos testen. Wir freuen uns auf Sie! Vielen Dank! Vielen Dank.